Yo, sagt's keinem weiter, aber YouTube hat mir meine Statistiken aus 2023 geschickt und ich darf sie sogar leaken. Das meistgesehene Video dürfte keinen überraschen. Danke für mehr als eine Million Aufrufe. Dieses Short hier ist Ende des Jahres wirklich komplett durch die Decke gegangen. Danke für ebenfalls mehr als eine Million Aufrufe. Und der erfolgreichste Livestream war die Nintendo Direct, in der Mario sein lang erwartetes Comeback feierte. Kuss geht raus an alle neuen Kanalmitglieder. Danke an alle neuen Abonnenten und natürlich an alle Leute, die geliked, geteilt und kommentiert haben. Und als letztes schauen wir uns noch an, was ich verdient habe.